Mein Name ist Daniel von Knippenberg. Zusammen mit meiner Frau Sandra und unserer angestellten Zahnärztin Frau Schrammel sind wir die Zahnärzte im Steinwald hier in Erbendorf. Dadurch, dass wir drei Zahnärzte sind, sind wir in der Lage, jeden Bereich der Zahnmedizin optimal abzudecken und spezialisiert anzubieten. Unsere Besonderheit ist das sogenannte feste Zähne-an-eim-Tag-Konzept. Das heißt, Patienten betreten vormittags die Praxis, beschädigte Zähne werden entfernt, mit Implantaten werden sie versorgt und am Abend werden sie mit festen eigenen Zähnen die Praxis wieder verlassen. Die Grundvoraussetzung für eine gute Behandlung ist Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit kann ich nur mit mit umfangreicher Aufklärung erreichen. Wir brauchen mündige Patienten, die genau wissen, warum was mit ihnen passieren soll. Im Erbendorf passt einfach viel gut zusammen. Ich bin in der Lage, eine nette Familienpraxis mit meiner Frau zu führen. Ich habe ein tolles Team, mit dem ich sehr zufrieden bin und ich denke, diese Zufriedenheit, merkt der Patient auch.